Ich bin natürlich ein ganz großer Spezialist. Jetzt sind wir hier auf den Felsen gestiegen und haben stundenlang schweißtreibend diesen Aufstieg, diesen Gipfel erreicht hier, erklummen und jetzt habe ich den Kaputaster, meine Gitarre vergessen. Haben wir hier kurze Hand, ne? Wenn man was hat auf dem Felsen, in luftiger Höhe, dann so ein Einmachgummi, so ein Glas, ein Einmachglas, haben wir hingespannt und los geht's. Alles in allem ist alles okay, würde ich sagen. Alles in allem ist alles okay, ich will gar nichts wenden, brauch gar nichts drehen, es ist cool, wie es ist, cool, wie es ist, Alles in allem ist alles im Flow, die Sonne verfolgt mich so oder so. Alles in allem ist alles okay.